Hey Leute, willkommen zu einem für mich besonders wichtigen News-Video. Randles Monday bekommt ernsthaft wahrscheinlich eine Fortsetzung, und zwar Randles Tuesday. Warum wahrscheinlich? Das Ganze wird über Kickstarter finanziert, es wird aber auch bald eine Demo geben. Es gibt hier den Trailer, oder ich bin verdammt nochmal im Hype, und ich werde verdammt nochmal dieses Spiel mit meinem Geld, oder unserem, wenn ihr mitmachen wollt, unterstützen. Leute, ich habe Randles Monday vor Ewigkeiten mal auf meinem Kanal durchgespielt, ich glaube 2017, gucken wir uns gleich an. Aber jetzt erstmal der Trailer, Leute. Es ist geil, die Musik habe ich ausgemacht, es ist nur Musik, also ihr verpasst jetzt nichts, also wenn jetzt hier der Ton aus ist, keine Sorge. Aber allein schon das wieder zu sehen, ist allein ihre eigene Anstrengung, die es ihnen ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen, ja, Mietigkeit zu erwinden und wahres Wissen zu erlangen. Yeah. Leute, es geht nämlich zurück auf die Highschool, glaube ich, in Amerika heißt das. Wir gehen in die Schule mit Randle. Das heißt, es ist ein Prequel sozusagen, eine Vorgeschichte zu Randles Monday. Eigentlich, weil wir sind in der Vergangenheit, heißt auch Randles Tuesday, ist ein bisschen verwirrend, aber wir sind auf der fucking Schule und machen natürlich nur Blödsinn mit unserem besten Kumpel. Schön einen reinorgeln. Ich liebe es. Ich liebe es. Ein neues Abenteuer steht bevor mit Matthew Griffin. Wer sich an Randles Monday zurückerinnert, weiß, was Matthew alles für einen Blödsinn gemacht hat. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch unbedingt mein Let's Play an, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ja, man muss viel rumrätseln und so weiter, aber vertraut mir. Es ist das beste Point-and-Click-Adventure. Ich liebe Deponia, aber Randles Monday ist für mich zum Beispiel auf Nummer 1. Danach Deponia, danach andere Point-and-Clicks, wie Larry zum Beispiel. Aber Randles Monday ist Top Nummer 1 und das muss schon was bedeuten, wenn ich das sage. Also vertraut mir und guckt euch das jetzt Play dazu an. Ja, schön rein in den Schrank, wie es gewohnt ist. Das ist Randle, wie er früher aussah, also anscheinend in der Vergangenheit. Allein der spinnt und wie geil das alles aussieht. Oh, ich liebe Point-and-Click-Adventure. Es ist mir egal, ob die tot sind, ich liebe sie. Drei Hauptcharaktere spielbar, finde ich auch mega krass. Das heißt, das ist ein bisschen wie Day of the Tentacle, wer es noch kennt von früher. Geil, hier auch Charles Newman. War das nicht der Comic-Buch-Verkäufer? Ich glaube, es war der Comic-Buch-Verkäufer im ersten Teil. Bäm! Oh, schön Dungeon-Dragons spielen. Yeah, yeah. Er kommt bald auf allen Konsolen, die es gibt. So retro haben sie eingeblendet. Macht ja Sinn. Sogar vom Engage. Ja, hau ja mal rein. Das beste Prequel seit Prometheus. Okay. Prequel. Also sagt man, es ist eine Vorgeschichte. Schön einen reinorgeln, immer wichtig. Oh, leil. Ist das nicht der Rektor dann? Ach, du Scheiße. Wie cool wir aussehen, das Randle, ne? Wie cool wir aussehen. Ey, ich feiere das so hart, ne? Brunzel, brunzel, brunzel. Niemand hat danach gefragt. Aber hier ist es trotzdem. Ey, ich liebe solche Aussagen. Ich liebe solche Aussagen. Niemand hat gefragt. Aber da habt ihr es. Ach, ich habe so Bock auf das Spiel. Ich habe so unglaublich Bock drauf. Point-and-Click-Spiele sind tot. Akzeptiere es. Nein. Niemals. Ich liebe Point-and-Click. Meine Freundin Diana liebt Point-and-Click-Adventure. Wir spielen die auch so gerne in der Freizeit. Wie gesagt, wir haben alle die Ponyer durchgespielt. Ganz gemütlich. Im Bett, auf dem Laptop. Ey, deswegen habe ich so Bock auf Randle, Leute. Ach, ich bin so im Hype. Ich habe Randles Monday, glaube ich, dreimal durchgespielt. Ey, ich bin einfach bereit. Ich bin einfach nur bereit. Wenn sie keine Tanzroutinen... Was? Wenn sie keine Tanzroutinen kaufen können, möchte ich es nicht. Ja, ein bisschen tanzen, ne? Da ist die Dame, wie sie jung war. Er hat sich kaum verändert. Immer schon am Kotzen. Immer schon am Saufen. Oh, da macht was Böses auf jeden Fall. Ui, ui, ui. Safematic. Okay. Randles Tuesday, Baby. Ich habe so Bock drauf. Ich liebe auch so Spiele wie zum Beispiel Bully. Unterstützen Sie uns auf Kickstarter. Richtig. Und darum geht es. Das Ganze wird auf Kickstarter beginnen. Noch ist es nicht verfügbar, wie ihr seht. Und das Ganze kam aus Spanien. Wusste ich übrigens auch nicht, ne? Classic Point-and-Click-Adventure. Ja, in der Universität. Entschuldigung, nicht auf der Highschool. In der Universität. Und es ist ein Prequel zu Randles Monday. Ey, ich habe so Bock drauf. Wenn diese Kickstarter-Kampagne hier live geht, werde ich was spenden. Und es wäre cool, wenn du das da draußen auch machst. Leute, ich werde euch die Kickstarter-Kampagne hier verlinken. In der Videobeschreibung. Wie ihr seht, noch kann man ja nichts machen. Und ja, guckt da mal rein. Es wäre geil. Vielleicht gibt es auch irgendwie ein cooles Ziel, was man erreichen kann. Dass man irgendwie auf einem Foto ist oder so im Hintergrund. Was ja oft möglich ist bei solchen Point-and-Click-Adventuren. Wenn es so ein Spendenziel gibt und es ist relativ hoch und teuer. Dann, weiß nicht. Vielleicht machen wir einen Livestream auf Twitch oder so. Zwölf Stunden. Oder wir spielen auf Twitch nochmal Randles Monday komplett durch. Und währenddessen sammeln wir Spenden für Tuesday. Irgendwie sowas. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich habe Bock, dass das Spiel auf jeden Fall rauskommt. Und wir werden natürlich auch die Demo spielen hier auf meinem Kanal. Also schon mal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und wie gesagt, wer Randles Monday bei mir noch nicht gesehen hat. Die Playlist werde ich euch auch verlinken in der Videobeschreibung. Und auf der Endcard. Genauso wie den Trailer. Ich habe Bock drauf, Leute. Also das Spiel war einfach nur geil. Wie gesagt, Randles Monday. Wir gucken mal kurz rein in eins der Videos. Haben wir da Werbung drauf? Natürlich haben wir Werbung drauf. Schön Werbung drauf. Wäre super gemacht. Ne, guckt es euch mal an. Ihr seht, das Ganze ist von mir schon vor 5 Jahren hochgeladen worden. Hat jetzt noch nicht so viel Aufrufe. Oder ihr lasst einen Daumen nach oben da. Also guckt es euch an unbedingt. Ich meine, allein wie geil das aussieht, oder? Seid mir ehrlich. Ja, ich bin jetzt mitten reingesprungen. Aber allein wie geil. Das Intro war ja auch so geil, genau. Allein das Intro war schon der Oberhammer damals. Von dem Spiel an sich. Und die Erzählerstimme ist der Oberhammer. Die Stimme von Randles ist der Oberhammer. Können wir mal kurz mal reinhören. Damit ihr das Ganze versteht, warum ich so am Hype bin. ... zum Teil gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht, Begleiche deine Schulden, oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Erzählerstimme? Mega geil. Randle? Klomus? Nein. Ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Randles Stimme? Mega geil. Äh. Ich wette, er ist tot. Alter, wie cool das alles aussieht, oder? Das ist das Pointing-Glick-Adventure, Leute. Ich liebe es, ich liebe es. Am Anfang ist so viel gequatscht, natürlich, ne? Man muss halt mal rausfinden. Und dann wird halt rumgepointed and clicked, ne? Jemand will heiraten, dies, das, anders. Natürlich geht alles schief, was nur schief gehen kann in dem Spiel. Und ja, ich sag, später reinguckt mein anderes Video. Da sieht man's. Pointing-Glick-Adventure. Hört bei mich auch. Leute, willkommen zurück zu Randles Monday. Letztens haben wir hier die Bardame. Wir haben uns sehr nett unterhalten mit ihr. Hat mir eine kleine Überraschung am PC hinterlassen. Ähm. Und ja, versuchen einen scharfen Drink für Pateroi zu mixen. Oh, wie ich damals noch ruhig gesprochen hab, Bruder. So ganz entspannt, ne? So ganz entspannt. Aber es ist geil hier. Der Diebe ist laden. Und ja, alles zurückerinnert. Ich hab sofort Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Also wie gesagt, wenn wir das Ganze... Vielleicht spielen wir das Ganze auf Twitch durch. Nochmal, wenn eben die Kickstarter-Kampagne beginnt. Und es da ein geiles Spendenziel gibt. Warum nicht? Dann würde ich es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Die Demo wird es auch auf jeden Fall hier auf meinem Kanal geben. Wie gesagt, ich hab einfach Bock drauf. Ey, ich hab mich so gefreut, als ich gestern... Also jetzt grad beim Video aufnehmen gestern... Die Mail bekommen hab von einer netten Dame. Die eben die Social-Media-Dame ist von Randles Monday Studio. Ey, hab mich so gefreut. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich hoffe, ihr guckt rein ins Let's Play. Guckt das Ganze mal an, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Und dann, wie gesagt, mal gucken, wann das Ganze startet. Da steht nur demnächst. Und wie das Ganze so weitergehen wird. Ich werd's auf jeden Fall im Auge behalten. Und euch dann Bescheid geben. Freut euch auch so einen Arschweg wie ich. Endlich mal wieder ein geiles Point & Click. Was brutal ist. Mit kotzen, saufen, dies, das, anders. Ey, ich hab Bock drauf. Lass den Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder. Jetzt viel Spaß mit der Randles Monday Playlist auf der Endcard. Und weiteren Spielen, die ich so gespielt habe. Ich hab auch bei BlackRapid RPG andere Point & Clicks gespielt. Guckt ihr gerne rein mal auf alles. Hau da rein. Bruder Faust geht raus. Bis zum nächsten Mal. Ich bin im Hype. Und ciao. Ich bin im Hype.